Aufnehmen. Mach ich ja gerade, willkommen zurück zum Praterhunterhunting-Crafton. Gerade hättest du's gesagt, dass du euch diesen scheiß Knopf gedrückt. Mit Marvin und Julia. So. Servus. Wir hatten gerade eine recht lustige Runde. Ich bin am Anfang gestorben, aber bin dann der letzte, also wurde wiederbelebt und bin dann der letzte, der entkommen ist. Das war echt toll. Ja, weil du uns zurückgelassen hast, du, Egoist. Ja, zurückgelassen, meine Güte. Du bist weggerannt, wir waren zu dritt ab hier morgens und dann kamst du zurück. Ja, selber scheut, wenn ihr da auf einen Haufen steht. Warn wir nicht. Klar, weil der auch auf einen Haufen ist. Erst wurde Julia attackiert, dann bin ich hin, um mir zu helfen, dann hat der mich umgehauen, dann kam der Randy und wurde auch umgehauen. Ja, genau das ist es. Allein jetzt hast du das gerade schon gesagt. Julia wurde attackiert und bist hingegangen zu helfen. Das ist doch der Fehler. Du weißt doch, wie schnell der ist. Soll man doch, wenn der in der Kill-Animation ist, kannst du dem doch gut Schaden beitzen. War er denn in der langen Kill-Animation? Ja, war er. Achso, okay, das wusste ich nicht. Ja, gut, dann ist alles okay. Aber dann kam halt der Randy viel zu spät und du warst halt auch sonst. Ja, weil ich halt nicht sterben wollte. Richtig. Ich hab den Kill bestätigt. Das macht dein Leben schöner. Okay, ich glaub, wir haben keinen Waffenkoffer. mit einem LMG ist. Let's go. Let's go. Wir müssen eh nicht wissen. Ich hör den. Hoffentlich klappt das. Der ist bei mir. Oh, der hat gut gefressen. Der bleibt einfach stehen und macht nichts. Das scheint nicht grausam, neulich gut zu sein. Oh, das ist auch kaum. Gut, es war weit weg, wir kannst auch. Ach, hier geht's schon. Wir sind schon, wir sind schon weg. Ja, aber der Randy hat noch geschlossen. Ja, der Randy ist nicht wir. Ah, der kommt jetzt auch hier wieder her. Also, der scheint sich nicht zurückzuhalten. Okay, du machst da aus. Ist hier noch ein... Sender. Oh, gut. Sieht nicht so aus. Hier gibt's gar keine Gegner. Ach, doch, da ist einer. Ah, okay. Nee, die kommen doch vielleicht so dritter aus der Tür raus. Zerstört, wenn wir die Drogen zerstört haben. Ich könnte dann auch das gute Zeug zerstören. Hör mal, Kippo. Über mir. Okay, ihr beiden seid da. Ich geh mal woanders hin, damit der auf einen fokussiert ist. Ich such den. Ah, ich seh ihn. Warte, warte, warte. Der ist... Da irgendwo. Da. Er geht weg. Er geht weg. Ja, hab ihn jetzt schon gut angehört. Haben wir? Haben wir. Granade. Oh, die kommen raus. Ja, echt dicke Rüstung. Ja, echt dicke Rüstung. Tot. Einfach tot. Ich brauch Munition. Marvin? Habt er. Ja. Jo. Ich auch. Ich muss nochmal nehmen. Jetzt ist es weg. Feind gesichtet. Ach, du bist hier. Okay. Ich glaub, wenn man sich ein bisschen aufteilt, geht das schon ein bisschen besser alles. Einer muss da oben bleiben. Jetzt sind alle da. Weißt du, der Randy stand gerade die ganze Zeit da, kaum wieder runter geht der auf. Der ist bei mir. Der hat gut gefressen. Der hat gut gefressen. Wart ab. Kannst du mich holen? Der kommt wieder. Der ist da. Ja, 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 ja. Er bleibt aber stehen. Er geht nicht hoch. Nee, er ist oben. Marvin! Irgendeiner! Hinter diesen Gegner nicht wundern, wenn du nur angeschossen wirst. Alles gut. Nee, dann warte noch. Ich kann's an. Danke. Ich muss mich ja kurz heilen. Mach das. Ja, man hat mal bald geschafft da oben. Ich glaube, ja. Ich muss hier mal... So, ich hol mir mal die richtige... Der hat sich geheilt. Mann! Ich bin Munition, wo ist die scheiß Munitionsbox hier? Das freut mich auch, geil. Ich glaub, die war hier. Weil ich brauche noch wieder Spritzen und alles. Ich auch. Hm, wusste ich hier. Oh, und er sollte die Fertung. So, wir verehen seine Richtung. Ja, Tatsache. Nicht schön. Er ist da. Oh, die Shotgun, die andere. Der von mir. Scheiße, scheiße. Oh, ich hab ein Auto mir mitgegeben. Hab ihn. Fast. Mann, geh weg. Wo bist du, Julia? Hä? Ach da. Ich helf dir. Ich war mit dem Randy hinterher. Ja, mach das mal da. Ach, dann weg. Oh, ihr seid Wildschweine. Oh, nicht töten. Oh, nicht töten. Oh, nicht töten. Dann sieht er die. Ob der überhaupt weiß, dass die Wildschweine ihn heilen? Ich glaube nicht. Ah, hat ihn gedauert. Ja? Oh, 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 oh. Okay, das ist tot. Ja, Zustand der Leiche, alles klar. Ah, das ist doch auch keine schlechte Runde. Der hat uns gut Schaden gemacht. Wir haben ihn gut Schaden gemacht. Das war eine sehr ausgeglichene Runde bisher. Alter, aber die andere Shotgun, die dritte, die noch nicht verfügbar ist, die macht richtig Schaden. Die erste macht auch gut Schaden. Ja, aber guck dir das Ding mal an, Alter. Das ist bei mir auch richtig rein. Oh, 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 oh. Ganz ehrlich, selbst wenn das Spiel von Streamern gut gespielt wird und alles, ist es eigentlich nur gut für uns, dass es dann mehr Content kriegt. Aber ich hoffe, dass da nicht so viele Kiddies reinkommen. Obwohl, ich glaube, die wissen gar nicht, wie das Spiel funktioniert. Also eigentlich haben wir so oder so einen Vorteil. Ja, bis jetzt, bis jetzt stolz war, dass du eine Frau beim Armdrücken besiegt hast. Bis jetzt stolz war. Oh, sowas war. Mission CP plus 0. Ja, gut, das ist klar. Wir haben die Missionär nicht geschafft. Oh, aber wir haben wieder alles gekriegt. Das stimmt. Gut, Leute, das war die letzte Runde, die wir jetzt hier aufgenommen haben. War auf jeden Fall eine der besseren Runden. Und Razorback hat so in den Kilo gekommen, der Arsch, naja. Oder wir waren drei Speer, Alter. Überlegt mal, wir waren drei Speer. Der hat uns dreimal, wir haben ja weniger Leben. Der hat uns Schaden gemacht. Aber der hat es nicht geschafft, einen von uns richtig zu töten. Oh, geil. Na, aber halt ein Vollpfosten. Ja, gut. Der war halt nicht so gut wie ich. Ja, richtig. So, wir sehen uns da zur nächsten Folge auch drin. Äh, zur nächsten Folge. Wir sehen uns zur Vollversion wahrscheinlich. Haut rein. Und dann ist es die nächste Folge. Dann ist es die nächste Folge. So ein Ding ist das. Tschüss.